Hallo Leute hier ist wieder der Soulcruiser mit der täglichen ARC Folge hier und ja wir haben beim letzten mal angefangen die Setschütte hier zu bauen und ich habe da mal vorbereitet wir hatten ja das Feuer hier drin und ich habe da jetzt mal zum Grillen reingelegt ihr seht ihr legt das rohe Fleisch hier rein das Problem ist immer das Holz als Abfallprodukt Kohle erzeugt ihr braucht nachher Kohle da kommen wir später irgendwann mal zu aber das nimmt hier drin halt immer ein Slot weg ihr könnt hier normalerweise nur drei Sachen reinlegen also Zunder und zweimal Fleisch ihr seht ja jetzt hier das Fleisch was gegart wird könnt ihr danach essen ihr könnt das auch essen das ist aber nicht so gut roh für euch so ok wir haben jetzt unsere erste Hütte gebaut wir wollen jetzt als nächstes ich kann das ja immer hier schön eingeben weil ich ja weiß was man normalerweise bauen kann man sollte am besten eine Storage Box lernen ganz wichtig und zwar solltet ihr die auch lernen bevor ihr lernt irgendwie jetzt aus Holz Sachen zu bauen also Holzwände und 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 ihr solltet erst immer gucken dass ihr auch eure Materialien die ihr euch beschafft irgendwo lagern könnt und ja gut da bietet sich am Anfang die Storage Box an kann ich jetzt bauen ach dass er wieder um springt Box hier wir bauen jetzt eine Storage Box und dann fangen wir an Materialien zu sammeln um unser Haus umzubauen in Holz und wollen dann eine Aussichtsplattform dran machen wir gucken mal jetzt erstmal wo wir jetzt hier die Kiste hinstellen so wir stellen die Kiste möglichst nah an die Wand und da könnt ihr jetzt jeden Krempel reinmachen den ihr erstmal nicht braucht ich brauche bestimmt nicht in meinem ganzen Inventar die Beeren bei den Beeren ist halt das Problem die halten nicht ewig ihr geht hier drüber und dann steht Spoils in drei Minuten und dann spoilt aber nur die 21. Beere also das heißt jedes mal wenn da unten steht Spoils geht eine weg von dem Haufen also die sind nicht instant alle weg so wir gucken mal eben Fiber das kann drin bleiben das sind Samen die brauche ich nicht Eisen brauchen wir gar nicht Kohle brauchen wir gar nicht Flint lasse ich mal in der Tasche das ist meine Mütze die kann ich hier drauf ziehen so jetzt habe ich einen Cowboy Mützen Skin den haben die meisten Leute die diese Founder Edition bekommen von von The Arc so den Knüppel haben wir auch noch hier okay so dann haben wir das soll jetzt wollen wir gucken dass wir vielleicht auch noch Licht benötigen in unserem Haus dafür kann man eine Standing Torch lernen die kann ich gerade nicht da fehlt mir schon wieder ein Stein die holen wir uns auch noch mal eben Bock fertig ich gehe mal auf all gehe mal auf alle Sachen und schreibe mal hier Torch rein dann finde ich die Sachen immer schneller das ist die für meine Hand die brauche ich auch mal neu damit ich die hier gleich droppen kann völlig kaputt so die ist fertig die ist auch wichtig die Torch gerade die Hand Torch wenn ihr unterwegs seid und fangt an zu frieren müsst ihr die Torch in die Hand nehmen dann friert ihr nicht mehr so so ich mach das mal hier hin mach das mal auf legt da naja legt das Setsch rein damit wir abends hier Licht hätten im Moment haben wir eh Licht weil das Feuer an ist und Wärme natürlich so jetzt gucken wir mal wir gehen in die Craftables wir gehen Showall weg Structures Wood so jetzt wollen wir anfangen wir wollen die Foundations ändern die Foundations sind ja immer die Basis wo euer Gebäude drauf steht weil wenn die abgerissen wird stürzt alles ein was drauf ist das heißt die sind sehr wichtig die haben aus Setsch nur 2400 Hells und ähm das wird schon mehr wenn wir das gleich austauschen in Holz das werdet ihr gleich sehen das macht auf jeden Fall schon was aus so wir werden mal nicht jeden Baum fällen sonst sieht das hier gleich direkt aus wie Kala Asten so mal eben gucken nehmen wir den hier auf dem Server hier ist eingestellt dass man zweieinhalb mal schneller EP bekommt das ist halt so üblich bei den nicht offiziellen Servern dass die Leute ein bisschen was an ihren Daten ändern oh da ihr seht links unten schon das wird kalt wie kalt haben wir denn hier 9 Grad da ist doch nicht kalt so ähm bekommt ihr zweieinhalb mal mehr EP und mit den guten Werkzeugen die ich jetzt hier benutze bekommt ihr dreimal mehr Ressourcen wenn ihr irgendwas abbaut und das merkt ihr beim Bauen auf jeden Fall finde ich aber auch nicht schlimm die Leute sollen ja auch bauen so jetzt sind wir zuhause und fangen an wir wollen vier Foundations haben ich habe natürlich jetzt gesammelt für drei läuft was fehlt mir? Wood ihr könnt ihr mal gucken ihr braucht jetzt für eine Foundation 80 Holz und 80 Holz ist ja nur schon mal eine Stange so die Foundations wiegen nicht so viel wie das Holz das heißt ihr könnt weiterlaufen und könnt dann ja gut beim Craften lauft ihr nicht wirklich schnell aber ihr könnt laufen und herstellen ihr könnt dann auf jeden Fall die Sachen noch tragen guck mal ich werde immer schneller ich habe jetzt sogar ein Level abbekommen weil wie gesagt bei Holz bekommt man wieder mehr Punkte so gucken wir mal auf jeden Fall dass wir unsere Holzhütte unsere Blockhütte an der Klippe hier fertig bekommen im Moment sehe ich auch gar nichts an Gegnern na gut gut für uns werden wir nicht gefressen ich haue mal direkt ein bisschen mehr weg weil wir brauchen ja auch noch gleich Dach und Wände und die Türen und so und ihr müsst auch aufpassen in den Urwäldern sind ganz oft Käfer da gibt es später eine Paste für die Käfer euch nicht angreifen also auf dem ersten Server wo wir gespielt haben war der Schwierigkeitsgrad sehr sehr hoch und wir sind da rumgelaufen und bevor wir überhaupt finden konnten wo wir bauen wurden wir schon so oft von Insekten weggefressen dann kommen da einfach Ameisen an und ihr seid kaputt kann sehr demotivierend sein so unten links seht ihr dass ich so langsam an eine Gewichtsgrenze komme und nichts tragen kann und dass ich Durst bekomme sie auf der rechten Seite aber ich habe ja mal eine Trinkflasche da können wir gleich auch noch gucken wie es aussieht mit den ersten Trinkflaschen und so da braucht man halt auch Haut für Water Skin nennt er sich ist der erste so machen wir direkt noch eine Tür fertig und wie viel Wände können wir 5 ok ich baue jetzt einfach erstmal direkt alles was wir können ich kann hier gleich mal eben gucken wegen meinem Level Up was ich denn da mal level ich level ich level meine Stamina nochmal ein bisschen höher ja you are hot jetzt ist es mir plötzlich heiß ok so wir fangen jetzt an auszutauschen beim Placen passt auf was ihr da macht weil beim Placen kann das gerne mal passieren dass die Sachen sich falsch rum hinsetzen ihr werdet euch tot ärgern weil ihr die Ressourcen wieder einsammeln müsst oder ihr könnt zum Beispiel auf die Stelle irgendwo setzen wo ihr schon mal gesetzt habt so jetzt geht das Problem Sedge ist halt Stroh und da sieht man nicht genau ich habe schon die 7 gedrückt aber ihr seht nicht wo ich das place also drückt die 7 stellt euch genau hin und in der Mitte vom Bildschirm stellt euch da einfach einen Punkt vor da zielt ihr hin damit es hat hier einen Rommel so der Boden ist ausgetauscht und jetzt seht ihr nicht mehr 2400 sondern 15.000 Schaden hält der Boden aus das heißt es kann auch nicht mehr so schnell eingebrochen werden so wir haben auch schon ein paar Wände gehabt die haben wir hier da hätte er nämlich jetzt direkt nach oben gesetzt ich mach das mal so den Grund werdet ihr gleich sehen ach gut ich baue gerade automatisch weil ihr bekommt immer sie steht ja auch oben wenn ihr eine Wand zerstört oder ersetzt bekommt ihr immer Materialien aus der anderen wieder raus ist natürlich auch nicht schlecht aber es reicht jetzt nicht um weiter zu bauen okay so wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch 8 Wände und 4 Decken und es fängt dann zu regnen das heißt mein Trinken geht hoch sehr nice so dann holen wir jetzt nochmal schnell Holz ich hoffe das reicht auch wenn nur Holz ist dann werden wir ja doch mal hier den Berg mal abflügen ich glaube im Tageszyklus ungefähr oder zwei Tage im Spiel stehen die Sachen hier auch wieder ihr braucht also keine Angst haben wenn ihr euch mitten in den Wald reinsetzt und rodet den Wald dass ihr dann nachher sagt so oh nein jetzt ist der ganze Wald weg und das sah ja so gut aus und das kommt nie wieder und ich hab kein Holz mehr und muss drei Kilometer laufen nein keine Sorge das kommt alles wieder ihr habt sogar als erstes wirklich da kleine Bäumchen stehen und die werden dann immer größer so wenn wir dann fertig sind gucken wir mal was wir als nächstes in den Angriff nehmen und das was wir jetzt gerade schon machen davon hat Ark halt auch so seinen Namen die Wolf kommt ja nun mal davon da dass ihr quasi euch evolutioniert ihr fangt klein an und werdet immer größer und ihr seht jetzt schon alleine die Evolution im Haus das Haus war erst aus Stroh jetzt sind wir ein bisschen rumgelaufen haben ein paar Sachen mehr gesammelt und jetzt ist das Haus plötzlich schon gleich aus Holz das sind halt so die Sachen die machen das Spiel aus so ich freu jetzt acht Wände so ich brauch nochmal da ein von ich brauch da ein von und danach brauch ich nur noch Lächel davon brauch ich noch drei mehr da hab ich nämlich da noch was vor ich brauch eigentlich sogar fünf mehr dann sammeln wir noch eben kurz fünf Ceilings brauch ich noch und man hat hier später auch die Möglichkeit am Anfang werden eure Häuser alle eckig aussehen das ist auch egal ihr müsst ja erstmal nur gucken dass ihr irgendwo wohnt man kann später auch noch mit den Enagram Punkten Roofs lernen also ihr könnt richtig Schrägen dran bauen dann könnt ihr zum Beispiel auch ein Holzhaus eine Holzhütte bauen und macht da Schrägen aus Sets dran könnte halt gemütlicher aussehen anstatt so ein Kasten so gucken drei Stück kann ich schon mal ich muss nochmal für zwei ich muss nochmal los weil ich hatte ja was vor oh mein Gott wie schnell wir sind nicht so ok jetzt mal schnell abbauen mal eben nochmal genau nachgucken was uns fehlt ja uns fehlt halt Wood ok während ihr craftet seid ihr echt langsam aber ihr könnt auch wenn ihr levelt Punkte rein machen in schneller craften habe ich bisher noch nicht gemacht weil ich einfach ja keine Ahnung ich habe lieber mehr Leben als ja keine Ahnung minimale Verbesserung der Crafting Fähigkeit natürlich wenn ihr alle Punkte immer in Crafting rein macht dann wird das irgendwann so schnell sein so ok wir haben jetzt sogar ein bisschen was über das ist aber egal wir gehen jetzt nach Hues wir gehen auch wir machen das alles von drinnen ok wir machen erstmal ganz normal die Wände weil die Wände auch ihr seht die Sedge Wall 1600 HP die haben 10.000 die Wände und die letzte Wand da hinten sehr schön so jetzt benutze ich nie hier hin zack und jetzt denken wir auch oh mein Gott da fällt man doch runter ja würde man aber dafür habe ich ja extra ich habe die Tür gar nicht gebaut ne aber die können wir noch bauen so aber da können wir jetzt hingehen und Zealings sind ja normalerweise hier Dächer ich mache jetzt erstmal die Dächer rein so jetzt sind die Dächer drin aber bei Holz halten die Dächer auch mal locker als Terrasse so das heißt ihr macht euch hier so ne Terrasse hin haut hier noch ne Tür rein so dann guckt da noch rein war da vielleicht noch ein Craftables habt ihr vielleicht noch ne Fackel dann macht ihr die Fackel eben fertig alles was ihr baut damit levelt ihr kriegt ihr Punkte also ihr müsst halt wirklich ausnutzen am Anfang alles benutzen und machen so machen wir hier Feuer an so jetzt könntet ihr zum Beispiel auch schon sagen wenn euer Kumpel anfängt zu zocken und ihr wisst noch genau wo ihr gespawnt seid zum Beispiel irgendwo ich weiß jetzt selber nicht genau wo wir gespawnt sind ich sag jetzt einfach was ähm Osten 2 seid ihr zum Beispiel gespawnt und da war ihr unten irgendwo am Strand dann sagt ihr eurem Kumpel ey Osten 2 kannst du spawnen da siehst du dann oben am Hang ne Fackel leuchten da bin ich am bauen ja habt ihr direkt hier so ne kleine Aussichtsplattform euer Kumpel findet euch direkt und ja ihr könnt euch natürlich dann nachher auch hier so Stachel bauen ich baue mal zwei einfach nur um dafür zu sorgen dass euch ähm ja dass keiner an der Seite irgendwie bei euch aufs Haus springt ich guck mal kann man das hier nicht so irgendwie hier so hinmarken so so da springt keiner von der Seite auf eure Bude drauf das gleiche machen wir jetzt hier noch hin ein bisschen näher voll eklig so so da kann keiner vorbei der würde sich dann pieksen so habt dann noch hier schönen Schutz von den Seiten ja und dann wie gesagt mit dem schönen Ausblick sehen wir uns beim nächsten Mal wieder ich hoffe es hat euch gefallen lasst einen Daumen da und ja wir sehen uns haut rein euer Sokumuza tschüss das